Lukas war schon immer anders, das merkten seine Eltern recht früh. Aufgrund seiner Lernschwierigkeiten besuchte Lukas das Zentrum für Förderpädagogik und schloss dort die Schule ab. Aber wie soll es danach weitergehen? Ausbildungsstellen, die an seine Bedürfnisse angepasst sind, gibt es nur wenige. Ihr Berater bei der Dienststelle für selbstbestimmtes Leben informiert Lukas und seine Eltern darüber, dass Lukas eine Ausbildung im Betrieb AIB machen kann. Später könnte der entsprechende Arbeitgeber den Aktiv-Plus-Zuschuss bei der Einstellung erhalten. Dafür ist es jedoch notwendig, dass Lukas die Aktivbescheinigung schon vor der Ausbildung beantragt. Abends überlegt die Familie, welche Ausbildung in Frage käme. Lukas hat extra für den Anlass ein paar Häppchen zubereitet. Seine Mutter schwärmt. Lukas, das ist wieder absolut köstlich. Das ist es, platzt es daraufhin aus Lukas' Vater heraus. Lukas, du hast doch schon immer gerne gekocht und in der Küche mitgeholfen. In einem Restaurant müsstest du dich doch wohlfühlen. Sie informieren sich bei einem kleinen Restaurant in der Nachbarschaft, wo damals auch eine junge autistische Frau beschäftigt war. Aktuell ist eine Ausbildungsstelle im Servicebereich frei. Mit seiner Mutter verfasst Lukas eine Bewerbung und darf sich bereits eine Woche später in Begleitung seiner Mutter bei einem Bewerbungsgespräch vorstellen. Schnell ist klar, dass Lukas die Ausbildung machen kann. Nachdem er zunächst im Servicebereich seiner Arbeit begonnen hat, sich aber nicht wohlfühlte, wurde für Lukas in der Küche ein anderer Einsatzort gefunden. Und tatsächlich, dort blüht er auf. Er lernt schnell und ist schon bald eine große Hilfe in dem kleinen Restaurant. Umso größer ist die Freude, als Lukas nach seiner Ausbildung sogar übernommen wird. Der Arbeitgeber erhält für die Einstellung einen Aktiv-Plus-Zuschuss, weil Lukas zwei Vermittlungshemmnisse aufweist. Sein Schulabschluss entspricht nicht dem eines klassischen Abiturs. Er wird im Rahmen eines beschäftigungsrelevanten Unterstützungsplans durch die DSL begleitet. Außerdem profitiert der Arbeitgeber von einem vorteilhafteren Zuschuss, da er Lukas zunächst über eine Ausbildung im Betrieb ausgebildet hat.